In diesem Film erhalten Sie Informationen zu den Systemanforderungen von Microsoft Dynamics NRV 2015. Das gesamte Videotraining konzentriert sich dabei auf die Verwendung der Demo-Version und primär des Windows-Clients. Windows-Client ist dabei ein sehr gutes Stichwort. Ich habe am Bildschirm bereits einige Informationen für Sie vorbereitet und ich möchte Ihnen zunächst ganz kurz zeigen, wie Sie selbst auch zu diesen Informationen kommen können. Nachdem Sie eine entsprechende Dynamics NRV 2015 Version heruntergeladen oder vielleicht von Ihrem Partner oder Kunden bekommen haben, steht Ihnen dieser Ordner zur Verfügung. Der Ordner selbst ist dabei ein komplettes Abbild der Produkt-DVD und innerhalb dieses Abbilds finden Sie eine Readme-Datei. Diese Readme-Datei ist ein kleines HTML-File, das Ihnen zwei Hyperlinks, also zwei Verknüpfungen ins Internet zur Verfügung stellt. Auf der einen Seite die Dynamics NRV Release Notes, die erfordern allerdings ein entsprechendes Account entweder als Partner oder als Kunde oder der freie Zugang im Microsoft Dynamics Developer Network, also die Library, die Bibliothek, wo Sie alle Informationen rund um Microsoft-Produkte jederzeit einsehen können. Aus einem dieser Links habe ich folgendes Word entsprechend heruntergeladen und genau das können Sie hier jetzt am Bildschirm sehen. Wir können dabei erkennen, dass der NRV Windows Client grundsätzlich folgende Anforderungen an das Betriebssystem hat. Ich stelle also entweder hier ein Windows Server Betriebssystem oder ein Windows Client Betriebssystem zur Auswahl. Die Versionen können Sie hier ablesen, also es beginnt bei der Version 2008 bzw. bei Windows Client Betriebssystemen bei Windows 7 oder eben dann entsprechend höher. Interessant dabei ist immer das Thema, rund um die Hardware benötige ich jetzt ein 32- oder ein 64-Bit-System. Gut, hier muss man zunächst sagen, dass der Client selbst ein 32-Bit-Client ist, das heißt Sie können diesen sowohl auf einem 32-Bit-Rechner oder auf einem 32-Bit-Laptop verwenden, aber natürlich auch auf einem 64-Bit-System. Wenn man jetzt jedoch die gesamte Demo-Version betrachtet, dann müssen wir auch über den Microsoft Dynamics NRV-Server sprechen, denn der hat ein paar andere Anforderungen und da blätter ich jetzt bei dieser Gelegenheit einfach mal ein paar Seiten weiter und kann hier jetzt bereits in der ersten Zeile folgenden Hinweis sehen, nämlich der Microsoft Dynamics NRV-Server, der kann nur auf einem 64-Bit-System verwendet werden. Das bedeutet, wenn ich die Demo-Version installiere, so wie sie vorgesehen ist, bei der alle Komponenten auf einer und derselben Maschine sind, dann benötige ich eine 64-Bit-Maschine, denn der Server hat als Mindestanforderung 64-Bit. Der Client zwar nicht, das spielt allerdings in diesem Zusammenhang ja keine Rolle, denn Server und Client sind auf einer Maschine, also muss ich mich nach den höheren Anforderungen richten. Natürlich können Sie diese Komponenten im Zuge der Installation auch auf mehreren Maschinen verteilen, auch das wäre eine Möglichkeit, allerdings können Sie dann während der Installation nicht die vollautomatisierte Option verwenden, also die Demo-Option, sondern müssen die einzelnen Komponenten selbst und manuell hier an dieser Stelle konfigurieren. Diese Angaben hier haben natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass sich Betriebssysteme weiterentwickeln, auf der anderen Seite natürlich auch Microsoft Dynamics NRV. Möglicherweise gibt es zwischenzeitlich sogenannte Cumulative Updates, wodurch sich diese Anforderungen geändert haben können. Das spielt aber für Sie keine große Rolle, denn Sie können ja mit den beiden Links, die Sie auf der Produkt-DVD finden, jederzeit nachsehen, was jetzt im Moment die aktuellen Anforderungen an Ihr Betriebssystem und an Ihre Hardware sind, um Microsoft Dynamics NRV an dieser Stelle hier zu installieren. Wenn Sie vielleicht schon ein bisschen näher mit Microsoft Dynamics NRV vertraut sind, dann wissen Sie natürlich auch, dass hier als Datenbank ein Microsoft SQL-Server zum Einsatz kommt. Warum habe ich den jetzt an dieser Stelle noch nicht speziell erwähnt? Der Grund dafür ist, dass die Demo-Installation und somit der Inhalt auf der Produkt-DVD eine entsprechende Express Edition des Microsoft SQL-Servers beinhaltet. Das heißt, im Zuge der Installation wird diese SQL-Server-Version auch automatisch installiert. Aber das vollständige Dokument hier über die Systemanforderungen, das beinhaltet natürlich auch nochmals einen Extra-Bereich, was die Systemanforderungen des Microsoft SQL-Servers betrifft. Man kann allerdings im Normalfall festhalten, dass wenn Sie die Microsoft Dynamics NRV-Server-Anforderungen erfüllen, Sie auch automatisch die Microsoft SQL-Server-Anforderungen für die Demo-Version natürlich an dieser Stelle nochmals explizit erwähnt erfüllen. In den letzten Minuten haben wir also einen kurzen Überblick bekommen, was wir benötigen, was Software und Hardware betrifft, um diese Demo-Version auf unserer Maschine hier installieren zu können, um die einzelnen Bestandteile und die einzelnen Bereiche von Microsoft Dynamics NRV 2015 zu verwenden.